Dumm dumm dumm. Nein. Ehrlich gesagt nicht. Weil hier oben noch irgendwas war. Warte, ich muss kurz noch runter gehen von dem Web da. Okay, scheint nur irgendwas Unwichtiges zu sein. Heißt, wir können jetzt in die Hünje gehen. Ich speichere. Wahrscheinlich wird es ihr gespeichert. Ja, das klar. Pocopilz, nehmt euch mit. Was ist da drin? Sehr nice. Nicht die Krone. Wellentänzer? Oh, fuck. Laber, doch kein Müll. Laber, doch kein Müll. Erz-Alarm. Oh, komm, hol das Gold aus der Wand. Und dann geht's weiter. Oh, fuck. Zwei von denen noch zwei, Mann. Ah, jetzt backt wieder so rum die Hüllen-Sounds. Oh, Leute, jetzt hab ich kein... Ich muss unbedingt wieder in eine Stadt. Ich muss unbedingt wieder in eine Stadt und Croc kaufen, weil so geht es ja nicht hin. Gut. So, dann hätten wir das. Ich hoffe, hier kommen jetzt auch keine weiteren Viecher mehr. Nee, sieht nicht so aus. Dann haben wir Gold. 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 Pokal. Wackel. Gold. Gold. Kerzenleuchter. Gold. Kerzenleuchter. Ehm, eine Minutwurzel. Wo ist jetzt die Krone oder hab ich die schon? Termiten? Hm? Hab ich die schon eingesammelt? Sieht so aus. Warte, wie viel ich auch grad hab. Nee, ich muss unbedingt nur wieder verkaufen gehen. Goldene Maske. Das scheint es zu sein. Und da ich jetzt nicht laufen will... Worb, worb. Sehr gut. Ähm. Wo? Falsche Richtung. Direkt bei dem Dwarf. Oh nee, es regnet. Das ist ein scheiß Wetter. Oh. Oh. Ja, ja, ist alles okay. So, hier. Hier hast du deine Krone. Auri Kulki. Zeki ist nun wieder richtiger Kno. Nehme alles, was Zeki noch hat. Danke. Die werden mir sicher weiterhelfen. Sehr gut. Geh, Hermann, hättig. So. Dann muss ich jetzt noch mit irgendwen verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Ähm, welcher Typ war das nochmal, mit dem ich verkaufen? Verkaufen. Der hier? Nee. Das war der Typ. Der falsche. Der falsche. War das der hier? Nein. Oder war das doch? Nee, es war der hier oben. Nee, da oben ist der Boss. Boss Health. Boss Health. Mit dem kann man nicht verkaufen. Verkaufen. Mit dem kann man nicht verkaufen. Was laber ich da? Mit dem kann man nicht tauschen. Das war wieder der Karl-Nurie. Wo warst du da drin? Oder ist der überhaupt noch einer drin? Genau, der war irgendwo drin, das weiß ich noch. Ja, der steht. Die war doch gar nicht drin, oder was? Kann nicht sein. Neunzig. What? Du Typ hast ne... Du Typ? Du Typ. Ich kann halt auch überhaupt kein Deutsch. Ähm. Jetzt hatte ich ne krasse Küste, der Junge. Da muss bestimmt was Geiles drin sein. So, ich getauschen. Jib, jib. Jib, jib. So, verkaufen. Dann beginnen wir. Axt eines Versorgnen brauchen wir nicht. Kragenstecher brauchen wir nicht. Altes Schwert brauchen wir nicht. Speer brauchen wir nicht. Glaganos brauchen wir nicht. Krummdorch brauchen wir nicht. Kann man aber halten, kann man aber halten. Die ganzen Tränke behalte ich auch mal. Dann hier Heldenkraut kann ich behalten. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht, das brauche ich auch nicht. Dann hier behalte ich einfach alles mal. Ähm. Panther brauchen wir nicht, Krallen brauchen wir nicht, Leuchtkugeln brauchen wir auch nicht. Sichel brauchen wir auch nicht. Wumoscheln ist recht nicht, Perle auch nicht, Diamant nicht. Ja, alle Sterne brauchen wir auch nicht. Ah doch, ja, alle Sterne brauchen wir auch nicht. Ja, stehe ich euch zurück. Ähm, Goldbrocken braucht kein Schwein. Priester brauchen wir auch nicht. Ah, na, na, na. Na, die Idole behalte ich mal. Bauplan für einen Plankenbrecher. Oh. Ist das ein Bauplan für einen Plankenbrecher? Alle Anwaltungen haben wir dann wieder schmieden, eines Plankenbrechers. Das muss man schmieden, okay. Die Banken, fünf... Oh, der ist nice. Der ist nice. Der ist nice. Na gut, ich glaube, ich sollte mich doch ein bisschen mit Schmieden... ...mit Schmieden auseinandersetzen. Jo, was fehlt uns denn jetzt noch? Uns fehlt noch eine... Ne, uns fehlen noch 10 Treibholz. Und diese 10 Treibholz werden wir in der nächsten Aufnahme besorgen, denn ich mache jetzt auch direkt wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich speichere nochmal. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Risen 2 wieder mit mir, dem Kilian. Tschüss. Tschüss. T mettre hertz a drücken. Ich sagte, als ob mich noch mal, ha Black words so ráng hat.